ab ins wasser was ist denn hier los auf geht's und wir links daneben weiter machen ein kopf am kopfschirm los und klaus macht auch ein schneeengel Die sind doch alle bekloppt. Eigentlich wollte ich schwimmen gehen, aber die Heiße ist zugefroren. Die sind doch alle bekloppt. 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 Die sind doch alle bekloppt.